Der Angriff galt Und wieder den Bahnhof von Kronstadt. Kurz vor Kronstadt, zwischen Mietzil und Butzau, stürzen wir uns auf die über und vor den Bombern fliegenden Armee Jäger, hauptsächlich Mustangs, an den Seiten erflogen Lightnings. Die Mustangs waren so überrascht, dass die meisten im Sturz das Weide suchten. Zwei stürzten brennt ab. Leutnant Schumacher und Feldwebler Heinz Lehmann hatten jeder einen in Brand geschossen. Jetzt kurften die Lightnings auf uns ein und eine Wüste Kurbelei und Schießerei begann. Überall flitzte Leuchtspur durch die Gegend. Ein Teil der Mustangs kam nach dem Sturz nach unserem Angriff wieder hoch, aber weit hinter uns. Die taten uns nichts. Weit gefährlicher waren die Lightnings, die nach unserem Angriff auf die Mustangs und auf uns eingekurvt waren. Wir waren 12 409 und gegen uns waren bestimmt 50, wenn nicht mehr Lightnings, die sich aber gegenseitig behinderten. Unser Angriff auf die Armee Jäger hatte aber seinen Zweck erfüllt. Hader war mit seinem Haufen an die Bombe herangekommen. Einige waren abgestürzt, mehrere zogen Rauchfahnen hinter sich her. Die hatten Motortreffer. Sie scherten aus dem Verwandt aus, nach Hause kamen die nicht mehr. Eine Lightning flog von links kommend, schräg vor mir vorbei, die hatte mich gar nicht gesehen. Ich schoss sofort, sie hielt Treffer in der linken Fläche, machte eine halbe Rolle und zog dann steil hoch. Im selben Moment flog eine brennende Lightning rechts an mir vorbei und stürzte ab. Der Pilot stieg mit dem Fallschirm aus. Wir waren 6000 Meter hoch. Da klang es in meinem Kopfhörer. Pass doch auf, du Schlafmütze, der wollte dir was. Das war Toni. Der hatte den Ami, der mir am Kreuz saß, abgeschossen. Ich hatte den vor mir beschossenen Ami zu lange nachgesehen. Mir lief der Schweiß am Rücken runter, ich musste noch viel lernen. Aber ich hatte gute Aufpasser. Meine drei Schwammkameraden, alles alte Hasen und seit Afrika dabei, kannten den neuen Kommandeur und lobten ihn über alles. Im Gegensatz zu dem Ekel Bresoschek musste Hauptmann Köhler das ganze genaue Gegenteil sein. Wir werden sehen. Nach den ersten Einsätzen wissen wir mehr. Und er kam schnell. Schon zwei Tage nach seiner Ankunft dudelte morgens schon um 9 Uhr der Italiensong. Der Armee machte sich auf den Weg, ob zu uns oder nach Deutschland, das wussten wir bis dahin noch nicht. Unser neuer Staffelkapitän Leutnant Renzo hatte mit zwei Viermordabschüssen bei einem Einsatz unsere Anerkennung erworben. Da in der Luft außerdem ein richtiges Schlitzohr ist, hat er sogar die Anerkennung von unserem ältesten und erfolgreichsten Piloten, dem Oberfeldwebel Hannes Pichler mit seinen 45 Abschüssen. Und das will was heißen, denn Hannes Pichler sagt kein Wort zu viel. Er ist ein Bauernsohn aus den bayerischen Alten und seit 1940 Pilot. Sein Wort hat Gewicht. Als dann die Startraketen am Himmel platzten, ist der Kommandeur mit seinem Rottenflieger als Erster in der Luft. Sie starten direkt vom Gefechtsstand querbeet. Wir, die siebte Staffel, starten sofort, als sie abgehoben haben. Ich fliege wieder bei Hannes Riedl als Nummer 2. Im Nu sind wir aus dem Platz raus und von links kommt schon die achte Staffel. Da sitzt auch schon die Kommandeursrotte vor uns und übernimmt die Führung. Schneller und besser geht es nicht. Hannes zeigt mir seinen Daumen und grinst über das ganze Gesicht. Auch er ist voll zufrieden. Das war auch ein Unterschied zum Start und Sammeln unter alter Führung. Und heute, wie er krasser nicht sein konnte. Eine Gruppe vom Jagdgeschwader 52 aus dem Osten, ich glaube aus Yassi, die in Butzau eingefallen war, schloss sich uns an. Major Harder mit seinen Leuten vom Jagdgeschwader 53 kam vom Tagesschule bei Pluesti. Dann kamen noch zwei Staffeln Focke-Wulf 190. Ich glaube, sie waren von Rudels Schlachtgeschwader 2 und Rumän. Unser Haufen wurde immer größer und alles unter Führung von Major Harder. Wie der Rest von der dritten Gruppe Jagdgeschwader 77 als Jagdschutz über der ganzen Malhalla. Wir flogen in Hanni 7500, als der Jafi meldete, Mauerblümchen in 10 Minuten, also Feindberührung in 10 Minuten. Dann sahen wir die dicke Kondensstraße der Ami-Bomber. Vorne weg und an den Seiten silberne Punkte mit kurzem Kondensschwanz. Das waren die Begleitjäger. Unsere speziellen Gegner. Wahrscheinlich Mustangs und Leitlings. Der Kommandor flog einen Schlenker nach links, mir seine Gruppe hinterher. So ein Schlitzohr. Jetzt hatten wir beim Angriff die Sonnenrücken. Das wäre dem Bresoschek nicht aufgefallen. Das gab gleich ein sicheres Gefühl. Der Neue war gut. Auch Hannes zeigte mir seinen Daumen und grinste dabei über beide Ohren. Dann knackte es in der Kopfhaube. Ritter Anton an alle Ritter. Auf mein Befehl machen alle Ritter Pauke, Pauke auf Mustang. Achtung, jetzt hinein. Alle standen augenblicklich auf dem Kopf und stürzen sich mit Gebrüll auf die total überraschten Mustangs. Der Kommandeur und sein Kaschmarik schossen bei 1. Angriff jeder einen in Brand. Die nächste ging auf das Konto von Hannes Riedel. Die meisten Amis waren so überrascht, dass sie im Sturz nach unten verreisten. Aber nicht alle. Einige hatten sich schnell von ihrem ersten Schrecken erholt und zogen steil von unten in einer Steilkurve wieder hoch. Eine Mustang zog direkt vor mir durch meine Flugbahn steil hoch. Obwohl es zu weit war, schoss ich automatisch. Der Vorhalt war aber zu wenig. Ich erzielte noch ein paar Löcher im Rumpfende. Die Kurbelei mit den Mustangs zog sich weit auseinander. Man musste höllisch aufpassen, dass man nicht plötzlich eine von denen im Kreuz hatte. Aber wir vier waren gut aufeinander eingespielt. Hader mit seinen Leuten vom Jagdgeschweiler 53 und die Kumpels vom Jagdgeschweiler 52 wüteten zwischen den Bombern, aber auch Rumänen mit ihren IAR 80 waren dabei. Auf der Bomberstraße hingen viele Fallschirme, denn viele Bomber waren abgeschossen und jeder Armibomber hatte 10 Mann Besatzung. Wenn auch nicht alle aus dem Wrack herauskamen, so würden die Rumänen genug zu sammeln haben. Ein großer Bomberverband kurfte ein in Richtung Kronstadt. Er wurde laufend von deutschen und rumänischen Jägern angegriffen. Wir versuchten, so gut es ging, ihnen die Mustangs vom Hals zu halten, aber inzwischen schossen auch wir, wenn es gerade passte, auf die Bomber. Nach einer rasanten Linkskurve hinter vier Ami-Jägern, die von Toni und mir von hinten überrascht worden waren und stiften gingen, hingen wir plötzlich hinter zwei Liberator Bombern. Ich schoss sofort und traf beide linke Motoren, die sofort mächtig qualmten und der Bomber blieb zurück. Ich musste links wegkurven, sonst hätte ich den Ami gerammt. Aber jetzt war Toni dran, er schoss mit allem was er hatte und der Ami brannte und fünf Mann der Besatzung stiegen mit dem Fallschirm aus. Dann meldete sich Toni, mache Lucy Anton im nächsten Gartenzaun, habe großen Durst, meine rote Lampe flackert. Meine auch, wir mussten beide nötig tanken. Im Sturz gingen wir in den Tiefflug bis in Bodennähe. Bleib dran, wir machen Lucy Anton in Bukau. Den Platz kannte ich, er war ganz in der Nähe unseres Platzes in Mitzil. Sollten wir denn so weit nach Osten abgekommen sein? An der Tankstelle standen schon Me 109 und tankten. Sie kamen vom Flugplatz Husi vom Jagdgeschwader 52, Hartmannsgeschwader, echte Russlandjäger, die bisher nur Russen als Gegner hatten. Sie waren von der Masse beeindruckt. Ein Feldwirbel fragte mich, Mann, war da viel amerikanisches Blech in der Luft, ist das immer so? Dann lebt bei euch noch einer? Sie waren solche Massen nicht gewohnt und konnten es nicht fassen, wie man mit solchen Massen klarkam. Als Toni dann sagte, mit der Zeit gewöhnt man sich an alles, schüttelte der Feldwirbel den Kopf und sagte, ich bleibe lieber bei den Russen. Dann landete noch Leutnant Schumacher mit seinem Rottenflieger, einem neuen, der seinen ersten Einsatz geflogen war. Ich kannte ihn nicht. Nachdem sie getankt hatten, starteten wir gemeinsam nach Mizziel unserem Flugplatz. Bei der achten Staffel standen schon einige Me 109, einige Warte winkten uns ein. Peske, mein erster Wart, war auch dabei. Als die Maschine stand, Haube auf und erstmal kräftig durchatmen, drängte mein Wart zur Eile. Komm raus in den Splittergraben! Dabei zeigte er nach oben Richtung Kronstadt. Bomber sind im Anflug. Das fehlt uns noch. Man wurde von selbst einen Schritt schneller in Richtung Splittergraben. Und wer saß da schon drin? Und Offizier Janssen, unser Motorenspezialist. Ein anerkannter Fachmann, aber sonst nur große Klappe. Aber jetzt war er auffallend ruhig. Eine Mäh landete genau in unsere Richtung. Im Ausrollen öffnete er schon die Haube der Kabine. Der hatte es aber eilig. Kaum stand die Maschine, war auch schon draußen. Nach hinten oben zeigend rief er, wo ist ein Splittergraben? Bomber kommen! Wir winkten ihn zum Splittergraben. Er kam auch sofort. Mit einem Satz saß er im Graben mitten zwischen uns. Er war nicht von unserer Einheit. Der Schweiß lief ihm noch von der Stirn mitten durchs Gesicht. Es war ein sehr junger Pilot. In einer fremden Einheit. Nicht viel älter als ich. Ohne Dienstgradabzeichnungen und Orden. Mit einer fast neuen Kombi. Er wischte sich den Schweiß mit dem Ärmel aus dem Gesicht. Ich versuchte mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber er sagte nur, Mann, war da viel amerikanisches Blech in der Luft. Als ich sagte, das ist jedes Mal so, sagte er nur, Auweia. Dann sagte Jansen, da oben fliegen die Bomber, die ihr abschießen sollt. Und ihr hockt hier im Splittergraben. Der Fremde antwortete, da hinten liegt einer und brennt. Ja, sagte Jansen, hab ich gesehen. War eine Fortress B-17, das war mein 264. Dabei langte er in seine Knietasche, holte Ritterkreuz und Eichenlaub raus. Und wehrte sich das um den Halsband, sagte er, ich bin Oberleutnant Hartmann vom Jagdgeschwader 52. Und zu Jan sagte er, sie sind wohl einer von den ganz Mutigen. Aber der war schon aus dem Graben und rannte Richtung Staffelliegeplatz. Auch wir waren sprachlos. Hartmann forderte uns auf, so, jetzt nehmt mich mit zu einem Gefechtstand. Unterwegs erzählte er uns dann, dass sie solche Massen nicht gewöhnt seien. Der Russe sei ein Einzelkämpfer, wenn auch ein sehr harter. Auf dem Gefechtstand traf er dann Kameraden seiner Einheit, die vor ihm gelandet waren. Alle waren geschockt von den großen Viermordverbänden und den vielen Begleitjägern. Aber daran würden sie sich gewöhnen, wie wir es auch getan hatten. Nach einer guten Mahlzeit starten sie zum Rückflug zu ihrem Flugplatz in Yassi. Als der letzte gestartet war, sagte Toni zu mir, an diesem Einsatz werden die 52er noch lange zu kauen haben. Zwei Tage später, alle Flugzeugführer zum Gefecht stand. Dort gab der neue Kommandeur bekannt, dass beim nächsten Einsatz alles anders würde. Alle Jagdverbände im Südostraum würden unter Führung von Major Harder einen Gefechtsverband bilden, wobei die Gruppe von Major Harder vom Jagdgeschwader 53, die Nachtjäger vom Jagdgeschwader 301, wir vom Jagdgeschwader 77 und die Schlachtflieger mit ihren Focke Wulff 190 geschlossen die Bombe angreifen würden. Das Jagdgeschwader 52 und die Rumänen würden den Jagdschutz übernehmen. Sie hatten darum gebeten, weil sie den Jägerkampf gewöhnt seien. Im Übrigen würde auf alles geschossen, was ein weißer Stern auf den Tragflächen hätte und nun Horido. Toni sagte zu mir, wenn das klappt, wird das ein dicker Hund. Weitere drei Tage später war es dann soweit. Um 10 Uhr hing der ganze Haufen in 7000 Metern zwischen Bukarest und Proesti. Alle waren da, sogar die Rumänen waren pünktlich. Kurs Südwest Richtung Tourno Severin, dem Eisernen Tor, wo die Donau durchs Gebirge fließt. Das war immer der Anflugweg der Amerikaner. Ein paar Wolken waren am Himmel. Sonst war klare Sicht. Der Jafu meldete Feindberührung in 10 Minuten. Ich flog wieder als Nummer 2 bei Leutnant Riedl. Drei und vier im Schwarm waren Toni und Robert. Alles wie gehabt. Wir kannten uns und vertrauten einander. Weit vor uns am Horizont eine dicke Kondensstraße. Das waren sie, die Amis. Es kam Unruhe in unserem Haufen. Man merkte die Anspannung eines jeden an seinem Flugverhalten. Hannes flog ruhig wie immer. Ich hing an seiner rechten Tragfläche. Er schaute kurz zu mir rüber, grinst wie immer und hob den rechten Daumen. Alles klar. Ich erwiderte mit derselben Geste und schaltete dann Reflexvisier und Waffen ein, denn unser Jagdschutz und die Rumänen hatten schon Luftkampf mit Ami-Jägern. Major Harder mit den 53ern griff den ersten Bomberverband an. Alles Boeing B-17 Fortress. Die ersten stürzten brennend ab. Aber keine Zeit zum Gucken. Jetzt waren wir dran. Unser Kommandeur kurfte leicht ein. Dann der zweite Pulk, ebenfalls B-17, flog leicht versetzt hinter dem ersten Verband. Unser neuer Kommandeur war ein Könner. Nach der leichten Kurskorrektur hatten wir die Bomber direkt von vorne. Das hätte der Bresoschek nie geschafft. Ich hatte die Kanzler an der B-17 direkt dem Visier, schoss und traf voll, zog dann steil vor dem Verband hoch. Drei Sekunden hatte man Zeit zum Schießen. Man flog ja mit einer Geschwindigkeit von 1000 kmh aufeinander los. Wir mit rund 650 kmh und der Ami mit 420 kmh. Da sind drei Sekunden nicht viel. Ein Blick zurück. Die von mir angegriffene B-17 machte eine halbe Rolle und stürzte dann sich um sich selbst drehend senkrecht ab. Die hatte genug. Robert schrie im FT, Spatz, gratuliere zum Abschuss. Ich hatte keine Zeit zum Gucken. Wo ist Hannes, mein Schwarmführer? Das letzte, was ich von meiner Boeing sah, waren zwei Mann, die ausstiegen. Dann brauch sie auseinander. Die rechte Tragfläche war beim Trudeln abgebrochen. Dann sah ich Hannes. Er hing hinter einer Boeing, deren beiden linken Motoren brannten, aber immer noch flog, wenn auch weit hinter ihrem Verband. Laufend stiegen Besatzungsmitglieder aus. Fünf Fallschirme hingen schon am Himmel. Aber das Biest flog immer noch. Jetzt hell brennend. Dann sah ich sie. Mustangs über uns. Sie setzten zum Angriff an. Ich warnte Hannes. Der rief nur, komm ran, wir machen Reise, Reise. Gut, also verduften wir. Wir waren gerade abgebogen, als der Vogel explodierte. Ein riesen Explosionsblitz in der Luft. Die Mustangs zogen sich daraufhin steil nach oben. Die waren wir erstmal los. Weit voraus, in Richtung Ploesti, war toll was los. Ein tolles Gewehr von Kondensstreifen zeugten von vielen Luftkämpfen. Da mussten wir hin. Aber erstmal Höhe gewinnen. Das gelang problemlos. Im Nu waren wir auf 8500 Meter. Dann rief Hannes nach Toni, unserer zweiten Rotte. Der antwortete sofort, fliegen hinter euch, nur etwas tiefer, aber wir holen auf. Einige Minuten später flogen sie neben uns. Wir stiegen weiter. Höhe und Fahrt sind das halbe Leben. Als wir 9000 Meter erreicht hatten, nahmen wir direkten Kurs auf das Gewimmel über Ploesti. Dort war schwer was los. Die schwere 12,7 cm Flak schoss ununterbrochen in das Gewimmel. Ohne Rücksicht auf Freund oder Feind. Die Armee Jäger hatten gewaltigen Respekt vor der schweren Flak und mieden diese Zone, aber wir mussten da rein. Kurze Anmerkung außer der Reihe. Ich bin mir sicher. Er meint die 12,8 cm Flak. Leicht angedrückt und mit Vollgas hatten wir schnell 700 kmh am Stau und waren mittendrin. Da sah ich rechts von uns einen Haufen Lightnings. Amerikanische Zweimordjäger noch weit weg, aber sie kurften auf uns ein. Ich meldete Ritter 7-2 von Ritter 7-4 rechts von uns in 3 Uhr ein Haufen Indianer. Schon gesehen, war die Antwort. Wo sind Toni und Robert? Liegen hinter euch, kommt sofort die Antwort. Ein Pulk-Liberator-Bomber kam uns entgegen, wenn auch noch sehr weit, aber es musste gehen. Da rief Hannes auch schon im FT. Schwarm 7-2. Pauke, Pauke auf Liberator. Nach einer leichten Kurve hatten wir sie direkt vor uns. Schnauze auf Schnauze. Doch der Bomberverband kurfte leicht nach rechts weg. Als ich schoss, trafen meine Schüsse nur noch den Rumpf. Bleche flogen weg. Das war alles. Beim Hochziehen fegte ich direkt über dem Rumpf der Liberator ganz knapp über das Doppelseitenleitwerk hinweg. Das war knapp. Das Hemd klebt inzwischen am Rücken. Die Amis schossen hinter mir her. Ich erhebe Treffer in Tragfläche und Rumpf. Nichts lebensgefährliches. Doch bei jedem Knall zuckt man zusammen und wird ganz klein hinter seiner Panzerplatte im Rücken. Es geht an die Nerven. Wo ist Hannes? Ich rufe ihn. Der antwortete. Oben. Komm hoch. Gut. Knüppel an den Bauch und ich steige nach oben mit allem, was der Motor hergibt. Fast senkrecht nach oben. Eine einzelne fliegende Mi 109 kommt auf mich zu. Es ist Hannes, mein Schwarmführer. Da kommt auch schon seine Stimme. Komm ran. Wir landen auf dem nächsten Gartenzaun. Meine rote Lampe brennt. Meine auch. Wir müssen nötig tanken. Meri, ein Notlandeplatz, kommt in Sicht. Also runter. Eine Platzrunde. Die Luft ist rein. Keine bösen Indianer in Sicht. Also runter, so schnell es geht. Viele Mi 109 werden gerade aufgetankt. Drei Tankwagen versorgen sie mit Sprit. Immer zwei Maschinen werden von einem Tankwagen zugleich versorgt. So sind wir relativ schnell wieder in der Luft. Der Jafi meldet. Abflug der Amerikaner. Arrest über Tourno-Severin. Kurs Süd. Lucy Anton in eigenem Gartenzaun. Also ab nach Hause. Nach einiger Zeit kommt Mi 10 in Sicht. Unten herrscht ein Gewimmel. Viele Russlandjäger vom Jagdgeschwader 52 sind anscheinend bei uns gelandet. Alle schimpfen auf die Mordskälte da oben. Die sind die Höhen nicht gewöhnt. Die Russen fliegen mehr im unteren Bereich. Beim nächsten Einsatz gegen die Amerikaner werden unsere Freunde vom Jagdgeschwader 52 sich sicher Wärme anziehen. 40 bis 60 Grad Minus ging ganz schön in die Knochen. Ich sah einen von denen, der in Halbschuhen geflogen war. Was der da oben wohl gebeppert hat. Der zieht das nächste Mal genau wie wir Pelzstiefel an. Heute haben sie noch gegrinst, als sie uns in Winterklamotten sahen. Das ist ihnen jetzt vergangen. Als ich meinen Boeing Abschuss zu Protokoll gebe und Hannes und Toni ihn bestätigen, steht ein Unteroffizierspilot vom Jagdgeschwader 52 neben mir und sagt, ich habe auch einen. Mann, was können die viel vertragen. Hast du Zeugen? Dann lass dir den Abschuss hier bestätigen. Schon geschehen, sagte Günter Schmitz, Oberfeldwebel aus unserer Staffel. Ich habe den Abschuss gesehen und schon bestätigt. Abends, beim Abendbrot, waren wieder ein paar Stühle leer. Wieder hatte es junge Nachwuchspiloten erwischt, die ich kaum kannte. Bei den Mahlzeiten wurde grundsätzlich nicht darüber gesprochen. Das hatte der alte Chef, Max Niese, schon verboten. Er wollte in Ruhe essen. Als alle satt waren, bat der neue Chef um Gehör. Er verkündete, dass er in drei Tagen Geburtstag hätte und alle Piloten und Oberwerkmeister sowie Waffenmeister zu einer Sause ins Casino einlud. Laute Zustimmung allerseits. Damit hatte er die Anerkennung aller gewonnen. Da er auch im Einsatz sein Mann stand, war er uns ein vollgültiger Ersatz für den alten Chef Max Niese. Am anderen Morgen, schon ganz früh, ist eine Hektik im Bau, dass an Schlafen nicht mehr zu denken ist. Kurz darauf werden wir geweckt und zum sofortigen Frühstück gerufen. Dort erfahren wir, dass wir die siebte Staffel sofort nach Meri, dem Außenplatz verlegen. Nur das Nötigste ist mitzunehmen, die Verlegung sei nur von kurzer Dauer. Man hat Angst vor Tiefangriffen und amerikanischer Jagdbomber auf unsere Jägerplätze. Und in Meri kann man unsere Flugzeuge besser tarnen. Es gibt dort am Rande viele Büsche und Bäume. Woher die Parole kommt, weiß keiner, aber egal. Nach kurzem Flug landen wir in Meri. Die Techniker rollen unsere Maschinen unter und zwischen die Büsche, sodass wir jederzeit aus dem Stand starten können. Es passiert aber nichts. Wir haben Zeit, uns in den neuen Baracken einzurichten. Alles ist neu. Nur eine Klobaracke fehlt noch. Häufig müssen wir uns mit einem Donnerbalken begnügen. Dazu müssen wir durch ein Maisfeld, das hinter der Baracke liegt. Drei Mann können gleichzeitig nebeneinander darauf sitzen. Das war ein Gaudium. Einen zweiten Balken als Rückenlehne gab es auch. Darunter eine metertiefe Grube. Schnell hatte das ganze einen Namen. Es war unser Bombenzielgerät. Abends dann die Geburtstagsfeier vom Chef. Es fehlte an nichts. Satt essen und trinken. Wo der Koch, unser von allen gelobter Unterwizier Buzek, das alles her hatte, mochte der Teufel wissen. Auf Fragen danach grinste er nun und sagte, Geld regiert die Welt. Ich hielt mich an das gute Azugabier. Ich konnte den elendigen Zuikaschnaps, ein Mais-Schnaps übelster Sorte, nicht vertragen. Der stank so, dass er nur mit zugehaltener Nase getrunken wurde. Um Mitternacht musste ich zum Donnerbalken. Hannes Riedl auch. Wir beide voll bis oben hin, stapfen den Weg durch das Maisfeld. Unterwegs kam bei mir der Zuika wieder hoch. Ich kotzte mir die Seele aus dem Leib. Das gab Erleichterung. Endlich am Ziel hatte ich Mühe, den nun total fertigen Hannes auf den Balken zu bekommen. Als er endlich saß… Schlief er gleich ein. Nach einer Weile versuchte ich ihn zu wecken. Ich wollte zurück. Er winkte ab und sagte, Hau ab, ich bleib hier. Ich ging allein zurück. Dann kam mir der Gedanke, gleich geht die Sauferei weiter. Nee, ohne mich. Ich ging 10 Meter ins Maisfeld und legte mich auf den Barmboden schlafen. Sie sollten noch saufen, solange sie wollten. Ich schlief auch sofort ein. Nach einer Zeit hörte ich, dass der Mann mich rief. Ich meldete mich, aber nicht. Mir war hundeelend. Und ich wollte einfach nicht mehr weitersaufen. Ich bin dann wieder eingeschlafen. Als ich dann wieder aufwachte, wurde es schon langsam hell. Alles schlief und ich schlich mich in mein Bett. Toni schnarchte wie ein Walross, trotzdem schlich ich ein. Wie lange, weiß ich nicht. Als ich dann aufwachte, stand die ganze Meute vor meinem Bett und schimpfte. Wir suchen den ganzen Flugplatz ab und der liegt hier und pennt. Dann erzählte man mir, dass Riedel gesagt hätte, der ist bestimmt in die Grube gefallen. Man hatte mit langen Stangen die Grube durchstochert, aber nichts gefunden. Mein Schlaf im Maisfeld verschwieg ich. Dann kam eine Stimme aus dem Hintergrund. Es war der neue Staffelkapitän. Der Oberfeldwebel Pichler, der einzig ist, der nüchtern ist, und der Spatz, wie der nüchtern ist, haben beide bis Mittag Bereitschaftsdienst. Alle anderen ab ins Bett. Das ist ein Befehl. Großes Hallo und weg waren sie. Als ich dann nach einer ausgiebigen Dusche ins Casino kam, war Pichler schon da. Er hatte sein Frühstück schon auf. Er glaubte mir nicht, dass ich die ganze Zeit im Bett gelegen hätte. Ich erzählte ihm dann die wahre Geschichte. Er grinste nur und sagte, gut so, ich hätte es genauso gemacht. Wir legten uns dann in die Liegestühle und erzählten von zu Hause. Da wir beide aus der Landwirtschaft kamen, gab es genug Gesprächsstoff. Der Oberwerkmeister kam und brauchte einen Piloten zum Werkstattflug. Ich vertröstete ihn auf nachmittags. Wir hatten schließlich Bereitschaft bis Mittag. So nach und nach trudelten alle wieder ein. Was für ein Glück, dass der Ami nicht gekommen ist. Alle lobten den neuen Chef. Der hatte Spendierhosen angehabt und war so plötzlich von allen anerkannt. Nachmittags machte ich meinen Werkstattflug. Die Maschine hatte eine neue Fläche bekommen. Beim Start ging alles gut. Im Flug über 400 kmh fingen sie an zu drehen. Das war unangenehm. Gegen Steuern half nichts. Zum ersten Mal verfluchte ich die Werkstattfliegerei. Mit wenig Fahrt umrührte ich mich in den Platz hinein. Mein Hemd war durchgeschwitzt. Toni sagte nur, ich habe über dich gewarnt. Den nächsten Flug machte unser technischer Offizier. Der hätte sich fast aus dem Sturz nicht mehr herausbekommen. Ein Donnerwetter ging auf den Techniker nieder. Die Maschine wurde demontiert, auf die Bahn verladen und ab nach Deutschland. So meine Lieben, diesmal kein Cliffhanger. Dann habt ihr wenigstens keine schlaflosen Nächte. Also, ich habe jetzt noch eine Klänge und dieriblemげen Karen. Das war eine Schlaflung des Kaffam. Das war ich auf die Hölle. Sie sehen, dass es das schlaflisch ist. Die Maschine war die Dramatoren. Und das war es nochmal. Die Maschine war ihren Fluch.